2. Lauf über 400 Meter Thomas Regner, Sebastian Gaugl, Adam Metzsch, Alexander Streibl und Lukas Haas Das sind die Protagonisten des 2. 400 Meter Laufes Es ist eine besonders harte Distanz bei diesen Temperaturen Auch jetzt wird es sicher schon wieder einen Bereich von 35 Grad im Schatten haben Da ist noch alles sehr, sehr dicht beisammen Wer hat sich den Lauf am besten eingeteilt? Das ist ja das Um und Auf Jawohl, und hier auf Band 3 ist Sebastian Gaugl Jawohl, der gewinnt diesen Lauf auf Platz 2 Seht von hinten nicht, Thomas Regner oder Adam Metzsch, meine Fälle Ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall